Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,7 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, da wir Sprossenfenster haben störte mich die Standarddüse etwas, da ich den Fenstersauger immer senkrecht halten musste. Mit dieser exakt 17 cm breiten Variante ist das Arbeiten bei kleinen schmalen Fenstern wesentlich angenehmer. Funktion entspricht ansonsten der 28 cm breiten Standarddüse. Die Angaben von 10 mm hier in der Artikelbeschreibung beziehen sich scheinbar nur auf die Breite des Gummis. Die gleichfalls angegebene Länge von 10 mm ist falsch, es sind 170 mm. Außer im Internet habe ich dieses nützliche Zubehör noch nirgends gesehen, und ich bin häufiger in Baumärkten unterwegs. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.